Guten Morgen, hallo Bach. Es ist 7.23 Uhr. Wir haben Mittwoch, den 5. Mai. Ich wollte mal ein Update zu Gold geben und vor euch liegt der Wochenschatz, sprich eine Kerze, eine Woche. Ich hole das hier mal ein bisschen näher ran. Ich finde, das sieht grundsätzlich nach wie vor in Ordnung aus. Wir haben hier diesen Trendkanal, der einmal überboten wurde. Wir haben das Doppeltop hier. Wir haben einen Doppelboden hier bei der 16, wo ist das Fadenkreuz? Das war bei der 16,80. Den haben wir. Jetzt sind wir oben sowohl an der 20-Wochen-Linie als auch an diesem oberen Trendkanal. Von hier, von der Technik her, ist nach wie vor alles in Ordnung. Jetzt gehen wir mal direkt auf den Tag. Da wird es ein bisschen deutlicher. Also, hier ist das angesprochene Doppeltop, so um die 19,50 rum. Hier ist der Doppelboden, 16,80. Ich runde leicht. Und das holen wir jetzt mal ein bisschen näher ran. Hier ist der Trendkanal. Das Gold schmust jetzt damit, mit der oberen Kanalkante, wie es so schön heißt. Wir haben gestern, das war Dienstag und am Montag, wir haben jetzt so einen Mini-Doppeltop im Bereich 1800. Und etwas drüber, bei 18,03 liegt auch das obere Band. Wir handeln um die 10-Tage-Linie rum. Wir waren jetzt gestern genau an dieser Kanalkrenze. Was mir ganz gut gefällt, ist, wir haben diese Bewegung hier, die wir hatten von 16,80 bis 1800, die haben wir eigentlich komplett, nicht komplett, aber zur Hälfte schon abgebaut. Das gefällt mir gut. Wir sind neutral über den Ostsinator. Wir sind neutral über das MACD. Okay. Ich möchte trotzdem jetzt weniger auf die Technik schauen. Ich behaupte, das Gold wird weiter besser, wenn wir einen Tagesschlusskurs abends 22 Uhr haben von über 1807. Also ein bisschen, sagen wir mal, 8. Dass wir nicht nur über diesem Doppeltop liegen, sondern auch über dem oberen Band. Also so 1.808, das wäre dann so das Kaufsignal, um die 200-Tage-Linie 1.853 zu sehen. Das harmoniert hervorragend mit dem Hoch vom 10.02. diesen Jahres. Ich glaube nicht, dass wir nennenswert fallen können. Das ist noch möglich. Denn mein einziges Problem, was ich mit dem Gold habe, ist Corona. Dahingehend, dass vielleicht mal der ein oder andere Staat, der noch Goldreserven hat, die er auf den Markt schmeißt, um seine Corona-Schulden zu zahlen. Das ist das einzige Problem, was ich habe. Wir hatten das mal vor ein paar Jahren. Da hat Venezuela seinen ganzen Goldbestand verkauft. Da ging das über Wochen und Monate nur runter. So weit möchte ich das nicht gehen. Neulich meinte ich gelesen zu haben, dass die Türkei recht viel verkauft hat. Mit sowas muss man rechnen. Das ist aber auch wirklich die einzige Bremse, die ich momentan hier habe. Wirklich weiter positiv über 1.808. Und als Unterstützung habe ich jetzt nicht nur die 20-Tage-Linie bei 1.767, sondern auch diesen Bereich hier. Wir hatten am 13.04. dieses Low bei 1.723. Und von da aus ist er dann schon nur straks hochgelaufen. Und dieses Low verbindet sich in etwa mit dem unteren Band bei 1.730. Wenn der jetzt hier hoch geht, machen wir es so rum. Wenn der jetzt über die 1.808 geht, dann muss ich gar nicht so weit weg gehen mit dem Schein. Und ich habe mir den ausgesucht hier, ein 1.600, ich runde leicht, 98er. Da sind wir also hier. Der hat immer noch ein 21er Hebel. Das ist eine schöne Option. Dann würde ich den nehmen. Man kann natürlich dann auch sehr aggressiv vorgehen und hier ein 1.700, sagen wir mal 45er nehmen. Aber, na gut, ich weiß nicht, ob ich damit so gut schlafe. Aber wenn der hier drüber geht, wäre das für mich eine Basis hier unter der 1.700, eben der angesprochene 1.698er. Der hat die Kennung mal GH4BZR. Für den Fall, dass der sich jetzt hier die obere Kanalkante echt als Widerstand nimmt und sagt, na, ich muss erst nochmal durchatmen, glaube ich, wie gesagt, dass das Maximalpotenzial so um die 1.728 liegt. Deswegen kann ich also auch einen Schein nehmen, der so knapp hinter dir, also einen Putt nehmen, der knapp hinter der 200-Tage-Linie geht. Vielleicht sogar ein bisschen hier drinnen, aber damit hätte ich jetzt mehr Spaß. Und da kommt der, auch ein 22er Hebel, ziemlich gut in Frage, 1.859, auch hier leicht gerundet. 1.859 liegt dahinter. Für den Fall, dass der jetzt nochmal irgendwie unter der 20-Tage-Linie schließt, abends 22 Uhr unter 1.767, weil dann die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir hier runtergehen auf die 1.730. Dieser Putt 1859er hat die Kennnummer GF9SWM. Gustav Friedrich 9 Siegfried Waltraud Mata. Das ist dieser Putt hier. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.